Manche Tage ziehen sich endlos hin. Schon auf dem Weg zur Arbeit erscheint mir dann der Asphalt wie ein Laufband am Flughafen, auf dem ich in die falsche Richtung gehe. Ich komme einfach nicht vorwärts. Den Vormittag über schiebe ich dann Papierstapel auf meinen Schreibtisch von links nach rechts, gucke, dass sie dabei ein winziges bisschen kleiner werden, indem ich mich aufraffe, den Scheißkasten von uraltem PC anzuwerfen, um irgendwelche Vorgänge zu bearbeiten. Irgendwann mittags verziehe ich mich dann nach draußen. Ich latsche rum, gehe entweder ins Rodos oder in die Eiche oder ziehe mir einen Imbiss rein. Am Nachmittag, schon das Wort klingt nach zu engen Hosen und quietschendem Bürostuhl, setze ich die meditativen Sinnlosigkeiten des Vormittags fort, bis ich die vorgeschriebene Mindestdienstzeit abgehockt habe und raus kann. Danach bisschen einkaufen, vielleicht ein paar Bier im Schlabbekicker und ab nach Hause. Das sind die guten Tage. An den weniger guten Tagen kriegen wir neue Kundschaft auf der Straße. Oder wir erschrecken die Alte, weil irgendein Oberhirsch findet, dass wir mal wieder was machen müssen. Wobei die Oberhirschen lustigerweise dabei nie was machen. Was heißt hier also, wir? Solche Tage sind dann gerne Nächte. Ich ducke mich mit ein paar Kollegen an irgendeiner Straßenecke in den Schatten, muss leise keuchen, weil die Schutzweste zu eng ist, und hab die Hand an meiner Sigsauer P6 im Hüftholster, bis jemand sagt, jetzt! Dann rumpeln wir in eine schlecht beleuchtete Bude, in der illegal gezockt oder Stoff gepanscht wird oder benebelte Frauen ungewaschene Schwänze lutschen. Wir schreien rum und schubsen stinkende und verdammt schlecht gelaunte Typen an die Wand, während kreischende Frauen an unseren Jacken zerren, bevor unsere Mädels sie auf den Boden drücken. Die jungen Kollegen rennen den Vollidioten nach, die tatsächlich denken, dass sie's mit dem Zeug, das sie nicht dabei haben dürfen, bis ins Klo oder womöglich auf den Hinterhof und dann nach Hause schaffen, und danach gibt es noch mehr Geschrei und blaue Augen und ausgekugelte Arme und den Satz, scheiß Bulle, ich fick deine Mutter in allen möglichen Sprachen. Ich bin dann froh, dass ich nur Deutsch verstehe, weil das hier kaum noch einer spricht. Zumindest nicht an diesen Tagen. Mein Name ist Ruben Rubeck. Ich bin 47, sehe aus wie 57 und fühle mich manchmal wie 87. Für 87 bin ich aber noch ziemlich fit. Geschieden, kinderlos und Kriminalkommissar, was in meinem Alter ein lächerlich niedriger Dienstgrad ist, aber das geht mir ganz ehrlich am Arsch vorbei. Ich komme zurecht. Ich wohne seit 15 Jahren in Frankfurt und bin hier genauso lange Bulle. Das Bahnhofsviertel ist mein Revier und meine Gegend. Viele denken, ich würde da wohnen, weil mein Geschmack so mies ist, weil ich mich im Dreck wohlfühle und mit meinem Gesicht sowieso nirgendsonst in Frankfurt eine Wohnung bekäme, aber das stimmt nicht. Ich habe es einfach gern nah zur Arbeit. Haha. Dieser bestimmte Tag war ein guter Tag. Er zog sich, tat aber nicht weh. Zuerst jedenfalls nicht. Ich hatte pünktlich mein Büro hinter mir zugemacht, in dem ich allein sitze, weil die Leute sich meine Launen ersparen wollen. Ich musste nichts einkaufen, weil ich am Tag vorher gerade einkaufen war. Ich konnte also gleich ab in den Schlappe-Kicker. Hennis stand hinterm Tresen. Wer auch sonst? Er nickte mir kurz zu, mümmelte irgendwas vor sich hin und griff nach einem Bierglas, um es unter den Zapfhahn zu halten. Das ist zu Hause. Nix bestellen müssen, noch nicht mal das Übliche sagen müssen, einfach an die Bar schieben, nicken und alles ist klar. Hennis stellte das Bier vor mir ab. Und Quatze dazu? Noch nicht. Danke. Hennis nickte. Ich zog meine Rothändler aus der Jacke und schnippte einen raus. Hennis stellte mir kommentarlos das zweite Bier hin, wartete einen Augenblick, bis ich das erste ganz leer hatte und nahm es mir ab. Lief super. Ein Bier später bestellte ich mir Rippchen mit Kraut, danach ein Obstler, der hier richtig gut ist. Dann ging die Tür auf. Das tat sie zwar öfter, weil der Schlappe-Kicker beliebt ist, aber wenn Ina reinkommt, dann unterscheidet sich das doch immer erheblich von den anderen Malen. Na, haben wir Drecksäcke, trällerte sie und fuchtelte dazu mit ihrer Kippe herum. Hennis ging an die Kaffeemaschine, weil Ina hier vor der Schicht immer Kaffee trinkt. Der Schlappe-Kicker ist für eine Menge Leute ein Zuhause und Hennis kennt die Gewohnheiten seiner Stammkunden. Ina schob den Barhocker links von meinem mit dem Fuß näher ran und drückte sich eng an mich, während sie sich drauf setzte. Hey, Bulle, kitzelte mich ihre rauhsamten Stimme im Ohr, während sie ihre Hand auf meinem Oberschenkel parkte. Kommst du nachher vorbei? Ina schafft im Loves-In an. Früher hat sie nur in erstklassigen Läden gearbeitet, aber 40 ist einfach ein scheißhartes Alter für eine Nutte. Obwohl Ina immer noch spitze aussieht, ich hab ihr mal geholfen, Jahre her. Ich mag sie echt gern. Denke schon, grinste ich, und dabei fiel mir auf, dass ich ziemlich betrunken war. Ich grinste nämlich total bescheuert. Ina lachte laut. Wie es aussieht, werden wir mal wieder bloß quatschen und Piccolo-Nuggeln. Na, mir soll's egal sein. Ist deine Kohle. Ich mach mir da nichts vor. Wenn ich Ina im Puff besuche, bin ich auch bloß ein Freier. Aber wenigstens einer, den sie schon kennt. Sie gab mir einen spitzen Kuss auf die Wange, und ich grinste noch dämlicher als vorher. Ich hatte ja inzwischen noch ein Bier intus. Die nächste Stunde hielt ich mich biermäßig zurück. Ich trank sogar einen Kaffee. Wenn ich wirklich noch zu Ina gehen würde, wollte ich sie schließlich nicht enttäuschen. Oder eher mich. Ina ist es vermutlich ziemlich egal, wie fit ein Freier ist. Hauptsache er zahlt, kotzt die Bude nicht voll und benimmt sich einigermaßen. Gegen elf stand ich auf der Straße und beschloss, erstmal zu testen, wie breit ich wirklich war, bevor ich eine Entscheidung traf. Ich streunte kreuz und quer durchs Bahnhofsviertel, an Stripclubs und Tabledance vorbei, Piepshows, Spielhallen und Puffs. Wenn's einer von den schlechten Tagen war, hasste ich das Viertel, dann ekelte mich der Dreck an und die Gier, die billigen Vergnügen, für die eine Menge Frauen am Ende teuer bezahlen. Aber an einem guten Tag und mit ein paar Bierchen im Bauch fühle ich mich echt gut hier. Die Neonlichter, die erlebnisgeilen Spießer, die Dealer und die Koberer. Dazwischen die Handyshops und Imbisse. Wenn ich dann durch die Moselstraße latsche und die Bankentürme sehe, weiß ich doch genau, wo die Verbrecher hocken. Ich trieb an den Clubs vorbei, die Sex, Sex, Sex schrien und kurfte schließlich in eine weniger belebte Ecke. Ich musste eine Entscheidung treffen, wie der Abend weitergehen sollte. Zwei freie Tage lagen vor mir. Und dann hörte der Tag auf, einer von den Guten zu sein. Er wurde richtig mies. Jemand schoss auf mich. Also nicht auf mich, aber auf jeden Fall schossen da welche um sich und ein verdammter Querschläger war knapp an mir vorbeigesaust. Das Gute daran, dass man einen Schuss hört, ist, dass man nicht tot ist. Vor mir stand eine hysterisch schreiende junge Frau auf dem Bürgersteig. Ich machte zwei erstaunlich flotte und sichere Schritte, warf mich auf sie und brachte sie kontrolliert zu Boden. Gelernt ist gelernt, auch mit Bierchen. Sie schrie dann allerdings noch hysterischer und versuchte, mich abzuschütteln. Ich bin Polizist, keine Panik, hören Sie? Ich bin Polizist! Wenn sie meinen Atem riechen konnte, dann würde diese Information sie auch nicht sehr beruhigen. Hilfe! heulte ein Typ rechts von mir. Hilfe! Er kauerte keine fünf Meter entfernt in einer Hofeinfahrt und hatte den Kopf in seine Hände geklemmt wie in einen Schraubstock. Die Frau hörte auf, sich zu schütteln und krampfte sich stattdessen brettsteif in meine Arme. Es fielen wieder zwei Schüsse, schnell hintereinander. Zwei verschiedene Waffen. Keine kleinen, das stand fest. Ich konnte nicht weit gucken, weil mir ein großer Müllcontainer die Sicht nahm. Wir kriechen jetzt darüber in die Hofeinfahrt, ja? Hören Sie mich! Sie schluchzte, nickte zitternd. Wir krochen los. In der Einfahrt versuchte ich, den Typ dazu zu bringen, seine Augen aufzumachen, aber der spielte einfach weiter Vogel Strauß. In der Frau dagegen regten sich Beschützerinstinkte. Sie nahm den Lappen in die Arme und fing an, beruhigend auf ihn einzureden. Ist ja gut, Torben. Die Polizei ist da. Ist ja gut. Ah, man kannte sich. Gut. Ich zog zuerst mein Handy aus der Jackentasche, dann meine Dienstwaffe aus dem Holster und lugte um die Ecke. Wieder ein Schuss. Dann noch zwei schnelle hinterher. Kein Gebrüll. Da waren auf jeden Fall Typen zugange, die das nicht zum ersten Mal machten. Das war gut. Bei Schießereien gibt es nichts Schlimmeres als Anfänger. Ich drückte die Kurzweifel in mein Revier. Hönscheid müsste eigentlich rangehen. Und so war's. Ich bin's. Rubeck. Ich sprach leise. Die Schützenkönige mussten mich ja nicht gleich hören. Hönscheid lachte blöd. Was ist denn? Soll mir dich aus dem Schlampe Kegel hole? Wieder fiel ein Schuss. Scheiße, Rubeck, was ist los? Ich bin, warte mal, Nidderstraße zwischen Karls und Düsseldorfer. Ich kann noch nicht sehen, wären wie viele, aber die schießen hier. Mach keinen Scheiß, Alter, wir sind gleich da. Alles klar. Ich legte auf. Ihr bleibt hier, verstanden? Ich lief gebückt und in Deckung des Müllcontainers vor. Immerhin schien die Straße bis auf die Cowboys vom OK Corral und das Traumpaar Menschen leer. Ich linste um den Container und jetzt sah ich, gut 20 Meter entfernt, zwei Typen in Jeans und Lederjacken. Einer lag auf dem Boden und machte den Eindruck, als hätte er es bereits hinter sich. Eine Pistole lag auf dem Pflaster. Sein Kumpel hockte halb in der Deckung eines geparkten Autos neben ihm und hatte beide Arme mit der Waffe nach vorne gestreckt. Die anderen konnte ich von meiner Position aus nicht sehen. Es waren mindestens zwei, denn jetzt schossen beide und der Typ auf dem Bürgersteig ging tiefer in Deckung, guckte aber eiser nach vorn. Ich schob mich vorsichtig nach links in Richtung der Autos, kniete mich zwischen einem Passat-Kombi und einem Hyundai, lugte vorsichtig ums Eck. Es waren drei. Sie hatten Pistolen und Kutten. Hells Angels Der Typ Der Typ Der Typ